Raven Queen, welche gemeine Boshaftigkeit zeigst du uns denn dieses Jahr beim Talentwettbewerb? Nein, 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 Miss Queen, diese Musik ist doch viel zu nett. Wenn du keinen Auftritt vorbereitet hast, der deinem eigenen Schicksal viel angemessener ist... Hört sich meine Geschichte noch nicht. Puff, aufgelöst hat, kann ich doch wohl. Naja, etwas tun, das nicht böse ist. Totzdem, Sparrow Hood hatte sich bereits dafür eingetragen, hier Gitarre zu spielen. Sparrow zeigt euch diesmal so richtig, wow! Aber ich habe über einen Monat für meinen Gitarren-Solo geübt. Nur Loser müssen üben, wow! Du spielst jetzt gefälligst ein Märchenlied. Äh, ich meine... Ja, so ist es schön böse. Ja! Ja! Das waren Cedar Wood und ihre kleine Freundin Splitter. Und seltsamerweise kann sie nur lügen. Als nächstes kommt ein Gitarren-Solo von Raven Queen. Raven ist wirklich zauberhaft. Nicht mehr lange. Ich habe Schulleiter Grimm gesagt, dass ich nichts Böses aufführen möchte. Aber manchmal muss man auch seine böse Seite in Ordnung lassen. So böse. Es zahlt sich auszuüben. Heute werde ich mir mal den beliebten Hut- und Teeladen des verrückten Hutmachers im Dorfbuchend ganz genau ansehen. Blondi Lox will hierher kommen. Sie ist die härteste Kritikerin überhaupt. Wir haben noch etwas Zeit. Vielleicht können wir ja bis dahin die Verrücktheiten mildern. Ach, was bist du für ein süßer Gleiter! Machen wir uns an die Arbeit. Na schön, wenn ihr unbedingt meint. Willkommen im wunderbaren Hut- und Teeladen des verrückten Hutmachers. Ja, ich muss zugeben, Maddy, das hätte ich hier nun wirklich nicht erwartet. Naja, das ist der Laden, der Laden meiner Familie. Keine Verrücktheiten oder Wunder. Möchtest du etwas trinken? Ähm... Ich glaube, ich nehme den Zaubertschei-Tee und einen Wunderland-Nussriegel. Kannst du mir noch etwas nachschenken? Sicher. Ist das etwa ein schwebender Teekessel? Ja, ist es! Und es gibt hier noch viel mehr Verrücktheiten und Wunder zu entdecken. Die Sohren zeigen immer die falsche Zeit an und diese Türen bringen dich zu wundersamen neuen Orten. Und das ist der echte Hut- und Teeladen des verrückten Hutmachers. Und mir ist völlig egal, ob wir eine schlechte Kritik bekommen, denn für mich ist dieser Ort einfach teetastisch. Zuerst erschien mir der Hut- und Teeladen des verrückten Hutmachers ziemlich langweilig. Aber dann haben sie mir die wahre Wunderwelt gezeigt und es wurde märchenhaft. Dieser Teeladen ist genau richtig! Ja! Oh, was bist du für ein süßer Kleiner! Ah! Oh! In eurem Projekt sollt ihr also euren Familienstammbaum aufs Genaueste nachverfolgen. Aber denkt dran, eure Nachforschungen müssen sich auf Tatsachen stützen. Wer sollte schon in seinem Märchen was dazu erfinden, nur um zu beweisen, dass er königliche Wurzeln hat? Oder? Komm schon, Blondie, wir müssen unseren Familienstammbaum abgeben. Oh, äh, irgendwie geht es mir nicht genau richtig. Wirklich? Aber vor zehn Minuten war noch alles in Ordnung. Ja, aber jetzt bin ich krank, okay? Äh, ich meine, viel Spaß! Geht doch auch ohne mich. Blondie, tust du etwa nur so, als wärst du krank, damit du deinen Familienstammbaum nicht abgeben musst? Nein, das ist genau richtig. Cupid, leider ist meine Familie nur entfernt, königlich. Also, was, wenn ich mir nur das Schicksal ausgesucht hab, das ich gern leben will? Würde das nicht bedeuten, dass ich eigentlich eine Rebel bin? Blondie, auch Royals treffen Entscheidungen. Die Entscheidung, ihren Traditionen und ihrer Geschichte zu folgen. Tief in deinem Herzen weißt du, dass du eine Royal bist. Und das solltest du der Welt erzählen. Ich, äh, habe mein Onkel Elmer bis zu diesem Zweig zurückverfolgt. Und, ähm, auch wenn wir den gleichen Namen tragen, sind wir nicht verwandt mit den Charmings von Nottingham Forest. Oder mit den Charmings von Nimmerland. Auch nicht mit den Charmings, die hier mit der Charmflower rübergekommen sind. Wer hätte gedacht, dass es so viele Charmings gibt, die nicht verwandt sind? Nachdem meine Mutter von den Bären gefangen wurde, schwor sie, ein braves Mädchen zu sein. Sie lebte daraufhin in einem hübschen kleinen Häuschen ihr Leben in der Nachfolge der Loks. Und die Dorfgemeinschaft ernannte sie zur Königin. Genau wie ihre Mutter vor ihr und deren Mutter vor ihr. Man könnte also sagen, diese königliche Nachfolge ist genau richtig. Seht mal, da ist Poppy O'Hare, Zwillingsschwester von Holly O'Hare und Tochter von Rapunzel. Es ist ihr erster Tag in der Ever After High. Sie hat kein vorbestimmtes Schicksal. Holly tritt in die Fußstapfen Rapunzels, denn sie ist um ein Haar älter. Immer darfst du die interessanten Dinge erzählen. Hast du dich schon für deine Unterrichtsfächer entschieden? Tut mir leid, hab ich noch nicht. Einerseits klingt Magikologie wirklich zauberhaft, wortwörtlich. Aber Heldentraining klingt auch hexcellent cool. Wer will denn nicht mit einem Drachen boxen? Nun Poppy, du musst dich heute noch entscheiden, weil die Kurse morgen beginnen. Na, wie war's mit Baba Yaga? Irgendwie bin ich völlig verwirrt. Sie sagte, ich muss mich noch heute für ein Schicksal entscheiden. Vielleicht hilft es dir, wenn du die anderen mal fragst, was ihnen an ihrem Schicksal gefällt. Danke, Holly. Du bist wunderbar. Eine Royal zu sein ist nicht leicht. Es ist schwer, im Königreich alle glücklich zu machen. Aber du darfst im Schloss wohnen und dich mit Prinzen treffen. Doch dazu musst du einen vergifteten Apfel essen. Als Rebel musst du nicht immer schlecht sein. Oder Brunnenranken verabscheuen. Oder die Leute, die daran hochklettern. Naja, also als Royal lebst du jeden Tag in vollen Zügen. Juhu! Aber ist es nicht das Wichtigste zu sein, wie du sein willst und nicht verstecken zu müssen, wer du bist? Absolut guter Punkt. Wer macht dir die Haare? Ähm, meine Mom. Ich muss los. Und? Hast du dich schon entschieden? Tja, ich habe mich entschieden, mich für keine Seite zu entscheiden. Einen Zauberblick! Du musst dich für etwas entscheiden! Als ich mit allen gesprochen habe, wusste ich es plötzlich. Eine Rebel oder Royal zu sein, ist exzellent! Also, schreibe ich das Schicksal um und wähle beide Seiten hier. Hey, toller Style! Ich habe auch versucht, meine beste Seite rauszufinden. Und habe mich für beide entschieden. Also gestern hat Apple in Prinzessologie auswendig die königliche Kronenfolge der Mädchen von der Geburtstjahre bis zur Krönungskrone vorgetragen. Holly, das ist ja fantastisch! Hey, kleine Schwester, sehen wir uns nach der Schule im Turmsalant? Aha, hab dich lieb, große Schwester. Oh, hey, Nanny Nona! Holly? Nein, ich bin Poppy, der jüngere Zwilling. Oh ja, richtig, Liebchen. Ich habe da eine Neuigkeit. Ja, was denn? Du weißt, dass deine Schwester drei Sekunden älter ist. Nun, es ist mir ein klitzekleiner Fehler unterlaufen. Eigentlich bist du älter. Ich will nicht die nächste Rapunzel sein. Ich will selbst über mein Schicksal entscheiden. Und die nächste Rapunzel zu sein, bedeutet Holly alles. Wie soll ich ihr das erklären? Und daraufhin habe ich Apple gesagt, hör zu, ich kenne deine Geschichte besser als jeder andere hier. Und es war ein roter, köstlicher Apfel, der... Irgendwas bedrückt dich. Ich, äh... Hey, probier mal meinen neuen Trockner aus. Und dann, im Heldenunterricht, ist Daring den Turm raufgeklettert, genauso wie in seiner Geschichte. Okay, ich habe da gerade die absolute Zwillingsschwingung, dass du mir irgendwas verschweigst. Was ist es? Okay, hast du schon mal erlebt, dass du etwas weißt, aber... Ich glaube, wir können gerade nicht reden. Was? Okay, jetzt reicht's. Sag mir, was mit dir los ist. Nanny Nona hat unsere Geburtsurkunden vertauscht. Und du bist der jüngere Zwilling. Was? Aber das bedeutet... Genau, ich bin die nächste Rapunzel. Nicht du. Aber ich wollte so gern die nächste Rapunzel sein. Und ich wollte gern eine andere sein. Warte, weiß sonst noch jemand von unserem Geheimnis? Nein. Was hältst du dann davon, wenn wir es einfach für uns behalten? Dann haben wir beide das Schicksal, das wir gerne wollen. Gute Idee. Danke. Ich will nur irgendwann mein Haar runterlassen. Vereilt euch! Die Blüten, die blühen, zerbrechen an ihren Müllen! Übersetzung? Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Was ist denn mit dem Wunderland-Hein passiert? Normalerweise ist er so wunderländisch. Dieser Teil des Zauberwaldes ist der Übergang zum Wunderland. Und es ist die Quelle der magischen Verrücktheiten in unserer Welt. Das bedeutet, wenn der Hain seine magische Verrücktheit verliert, dann wird auch in unserer Welt die Magie langsam verschwinden. Aber auf der Ever After geht es doch um Magie. Also was könnten wir tun? Verrückt werden, Leute! Wir geben dem Wunderland-Hein wieder neue Kraft, indem wir eine super verrückte Tea Party feiern. Es wird endlich Zeit, verrückt zu werden! Ich check mal meinen Verrücktheitsmeter. Nicht genug! Wir versuchen es besser mit einem Tänzchen! So geht's nicht! Tanzt alle im verrückten Wunderland-Style! Kurz davor! Wir müssen super albern sein, um es auf die Spitze zu treiben! Komm schon, Cerise! Du kannst uns retten! Ich kann mich nicht sonderlich gut gehen lassen. Warte, ein Zauberblick! Ich hab eine Idee! Was war so... Raven! Auf keinen Fall! Komm schon, Cerise! Vertrau mir! Du setzt dir einfach lächerliche Wolfsohren auf, um witzig zu sein? Oh Mann! Das ist verrückt! Seht doch! Wir haben's geschafft! Komm schon, Sparrow! Ich will eine echte Herausforderung! Ich wette, dass es dir nicht gelingt, mit dem nächsten Mädchen, das zur Tür reinkommt, ein Date zu bekommen! Okay, abgemacht! Und was wetten wir? Wie wär's damit? Der Verlierer muss die Grimnastikklamotten des Gewinners waschen! Aber erst nach dem Sumpfschwimmen! Abgemacht! Lizzie Hartz! Bei dir wirst du gekochen! Das Übliche für mich und dasselbe für die Lady! Ab mit dem Schaum! Würden diese Blumen deine Meinung ändern? Ich habe sie im Licht meiner Zähne wachsen lassen! Ich krieg's hin! Na, was sagst du? Das hab ich gemalt! Gerade eben! Was meinst du? Bin ich nicht charmant? Nein! Bist du nicht! Aber natürlich bin ich charmant! Weißt du, das sagt ja schon mein Name! Oh, Lizzie! Was? Ich dachte, du hättest vielleicht Lust auf eine Führung durch das Schloss! Auf einen Drachenrücken! Was? Du musst doch zugeben, das war schon ziemlich fabelhaft! Stimmt irgendwas nicht? Ich würde gern mit dir ausgehen, aber ich hatte bisher noch nie ein richtiges Date! Na ja, all das, was wir heute gemacht haben, das war im Grunde ja schon ein Date! Ja, und das war wirklich sehr nett! Vielleicht magst du dich ja nochmal mit mir treffen! Können wir das bitte geheim halten? Die künftige Königin der Herzen! Ich glaube, ich hab einen ziemlich verrückten Ruf! Natürlich, ja, ich werd's keinem erzählen! Ja, so ist gut! Wasch die Klamotten für Sparrow Hood! Ja! Wieder so ein königlicher, zauberhafter Tag! Gut, was soll ich heute Morgen frühstücken? Nun, das nenne ich wirklich ein märchenhaftes Frühstück! Mann, was Apple doch für ein leichtes Leben hat! Irgendjemand kümmert sich ständig um sie! Muss echt schön sein! Zeit für einen neuen typischen Apple-Tag! Oh! Na geht schon, ihr Kleinen! Ihr seid sicher! Und nun muss ich dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passieren kann! Hey, das ist meiner! Ich hab den Dreifach-Abra-Kadabra-Kaffee bestellt! Tja, genau wie Sparrow! Es ist meiner! Es ist meiner! Hey, Jungs! Also, weißt du was? Nimm den Kaffee ruhig! Nein, nein, nein! Es ist deiner! Ich glaub, meine Arbeit ist getan! Äh, kann mir mal jemand helfen? Ist da jemand in den Brunnen gefallen, als er versucht hat, ein Eimerchen Wasser hochzuziehen? Ich glaub, meine Krone ist kaputt! Ein Sekündchen! Du hast den Verband perfekt angelegt, Apple! Eine Royal ist stets auf alles gefasst! Hey, Apple, wie war dein Tag? Oh, weißt du... Lass mich raten, ein zauberhafter Royal-Tag! Er war ziemlich exzellent! Oh, ich muss ins Bett! Bis zum magischen Morgen! Gute Nacht, Mitbewohnerin! La, 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 la... Die kleine Bupip hat ihre Schafe verloren! Sie fressen die Schuhe im Gläsern Schuh auf! Bin schon unterwegs! Seht ihr? Und so wird's gemacht! Als Royal-Team-Captain und zukünftige Herzkönigin erteile ich euch den Befehl, diese Rebels zu schlagen! Aber wir haben es versucht und sind leider nicht besonders gut! Lizzie, wieso hältst du uns nicht eine richtig königliche Motivationsrede? Okay, spielt besser, oder? Ab mit eurem Kopf! Und Briar? Ab mit deinem Kopf! Und Blondie? Ab mit... Das ist sowas von nicht genau richtig! Wir hören auf! Ja, ich auch. Dann, Lizzie. Na, schön! Hunter, dein Lieblingsessen! Veggie-Börder mit Ohr? Oh! Hä? Lizzie, weißt du, wenn du mehr Freunde finden willst, solltest du vielleicht aufhören immer so... Entschuldigung, äh, brauchst du noch das Salz? Nein! Weg mit dem Salz! Lizzie, wieso musst du ständig so schreien? Weil meine Mutter sagt, dass es der einzige Weg ist, über seine Untertanen zu herrschen! Wir sind aber nicht deine Untertanen, sondern deine Freunde! Hey, wann hast du mit deiner Mom gesprochen? Sie hat mir vorher für jeden Tag im gesamten Schuljahr einen Stapel Karten gegeben! Regiere auf meine Art, ich behalte dich im Auge! Lizzie, eine Royal zu sein, bedeutet nicht unbedingt zu befolgen, was unsere Eltern sagen! Also, ich denke, die Einzelheiten bleiben uns überlassen! Meine Mutter hat mir aufgetragen, ihre Worte zu befolgen! Aber... Sie hat nicht gesagt? In welcher Reihenfolge? Wahre Freunde! Keine Untertanen! Ich werde auf meine Art regieren! Oh, hey Mädels! Tja, ich glaube, ich habe euch gegenüber vorhin... überreagiert! Könnt ihr mir verzeihen? Aber natürlich! Nimm die Einschläge und dann zeigen wir diesen Rebels, wer die Besseren sind! Ab mit ihren Köpfen! Neuer Morgen an der Ever After High! Und die Schüler machen sich fertig für einen weiteren gewöhnlichen Schultag! Gewöhnlich? Nichts ist gewöhnlich an diesem Tag! Gibt es etwas Bezaubernderes als meinen Geburtstag? Ähm, meinen Geburtstag? Du bist so ein Spaßvogel! Ich meine, hast du schon mal erlebt, dass die ganze Schule deinen Geburtstag mit einem königlichen Kuchen-Backwettbewerb feiert? Nicht nur die Royals sind diesmal beim Backwettbewerb dabei! Und ich backe für dich den exzellentesten Apfelkuchen der Märchenwelt! Du meinst doch bestimmt einen Gift-Apfelkuchen! Du wärst nicht die Tochter der bösen Königin, wenn du nicht versuchen würdest, mich zu vergiften! Erinnerst du dich nicht mehr an den Schicksalstag? Ich nehme mein Schicksal jetzt selbst in die Hand! Und in meinen Apfelkuchen kommt nur Zucker und Zimt und noch ein bisschen Liebe! Ist es zu fassen! Raven will nicht versuchen, mich zu vergiften! Ich brauche jetzt einen Kräutertrunk! Ich wünschte, es gäbe etwas, was wir tun können! Ja, aber können wir nicht irgendwie dafür sorgen, dass Raven sie doch vergiftet? Großartige Idee, Ash! Ich werde etwas Wesenspulver unter Ravens Kuchen mischen! Dann glaubt Apple, Raven hat doch versucht, sie zu vergiften! Wir könnten ihr auch einfach ein paar Schuhe schenken! Oh, Daring! Ein Kuchen mit einem Bild von dir! Wie charmant! Und das ist wohl Ravens Kuchen! Probier mal! Ähm... Apple, hast du schon vergessen? Ich bin deine offizielle Vorkosterin! Ich muss überprüfen, dass die Kuchen auch genau richtig sind! Oh, wow! Er ist zu saftig! Ah! Und ganz zack! Ah! 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 Was? Apple, ich schwöre! Toll, du hast doch versucht, mich zu vergiften! Hey, ich war diejenige, die... Äh, ich meine... Ja, weiter so, Raven, du böses, böses Mädchen! Ah, ja... Ähm, ähm, ich mach nen Abflug! Oh, wieso kann ich nicht auch ein Phönix sein? Ach, naja, bis dann! Ich muss groß! Jupp, schon unterwegs! Nein, bitte keine Fragen mehr! Ich bin schon weg! Dieser Salat erinnert mich gerade an was! Wir haben einen Ausverkauf im gläsernen Schuh! Wie kann ich denn einen Salat daran erinnern? Du bist süß! Also, wer hat heute nach dem Unterricht Lust auf Shopping? Ich! Ich bin dabei! Oh, ich kann nicht! Ich nehme am Royal Schönheitswettbewerb teil! Ich wollte es euch nicht erzählen, weil ich dachte, ihr findet es albern! Aber ich bin gerne ein mutiges und selbstbestimmtes Mädchen! Es ist nicht albern! Ich kann nur sagen, zeig es Ihnen! Ein leichteres Lächeln, Miss White! Breiter, Miss Beauty! Wie ein Honigkuchenpferd, Miss Wood! Aber meine Wangen tun schon weh! Schön zu sein ist oft harte Arbeit! Diese Schuhe sind ja so unbequem! Ich kann darin überhaupt nicht laufen! Anmutiger, mein Liebes! Kommen wir nun zur Wettbewerbsdiskussion! Euer Thema wird sein, Wieso ist gut auszusehen? So viel wichtiger als, naja, als alles! Splitter nochmal! Ich dachte, in diesem Wettbewerb ging es darum, ein hübsches, selbstbewusstes Mädchen zu sein! Nicht um drückende Schuhe! Nicht um albernes Lächeln! Sondern um Wichtiges! Wie schlau und anmutig zu sein! Und... Und um unsere innere Schönheit! Sie hat recht! Apple, es tut mir leid, was ich vorhin bei der Probe gesagt hab! Warum? Es war doch die Wahrheit! Und mir ist klar geworden, dass es bei diesem Wettbewerb nicht darum geht, was Schönheit wirklich bedeutet! Und... Was können wir jetzt machen? Wir geben diesem Wettbewerb einen neuen Sinn! Du meinst, wir ändern das Diskussionsthema, sodass es darin um selbstbestimmte Mädchen geht? Genau! Ist es nicht das, woher wahre Schönheit kommt? Wahre Schönheit bedeutet, jeden Tag sein Bestes zu geben! Und niemals zu vergessen, dass jeder von uns etwas Besonderes ist! Auf seine eigene, bezaubernde Art! Das war ja... Wundervoll! Haben wir schon eine Gewinnerin? Ich habe sehr lange nachgedacht und... ...mich gewählt! Das Spiegelnetz! Es ist abgestimmt! Ich kann meine MyChapter-Seite nicht updaten! Ich kann die süßen Schuhe, die ich entdeckt habe, nicht online stellen! Ich kann den Leuten nicht von der hipstelenden Band berichten, die heute Abend im Roten Tanzschuh spielt! Nun, wie wär's, wenn ihr alle einfach mal miteinander reden würdet? Aber der Online-Test vom Professor Rumpelstilzchen kann nur heute gemacht werden! Oh, das hatte ich völlig vergessen! Jetzt bin ich nervös! Sieht aus, als belegt da jemand das gesamte Netz! Wir müssen herausfinden, wer! Humphrey, du bleibst hier und sortierst diese Kabel, während wir die Schule durchsuchen! Klar! Überlass es, Humphrey Dump, die hier alles wieder zusammenzusetzen! 933? 934? Gary, bist du etwa gerade im Spiegelnetz? Ja klar, und ob! Ich bin gerade dabei, tausende von Bildern von meinem letzten Fotoshooting hochzu... Oh, das war aber unhöflich! Melody, wählst du etwa gerade große Dateien ins Spiegelnetz? Nur alle neun Versionen von... Das war sowas von nicht genau richtig! Das Spiegelnetz ist immer noch so langsam wie ein Troll! Und wir haben nur noch zwei Stunden bis zu unserem Online-Test! Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit! Wir müssen ins Herz des Spiegelnetzes vordringen! Jetzt werden wir herausfinden, was wirklich los ist! Professor Rumpelstilzchen! Sie waren derjenige, der das Spiegelnetz lockiert hat? Aber wieso? Lassen Sie mich raten, damit wir alle durchfallen und nachsitzen müssen? Damit ihr alle mein Stroh zu Gold spinnen müsst! Das wird nicht passieren! Wir kennen jetzt ihr kleines Geheimnis! Wahrscheinlich wird sich unser Schulleiter freuen, wenn er diese Geschichte erfährt! Nur als Vorschlag! Wir lassen den Test ausfallen und Sie geben uns mehr Zeit zum Lernen? Gut! Na schön! Und ich denke, dass es nur fair ist, wenn er wieder in Ordnung bringt, was er kaputt gemacht hat! Oh! Seien Sie lieber ein bisschen vorsichtiger, Herr Professor! Herr Professor! Untertitelung des ZDF für funk, 2017